Ich kann mir kein Leben ohne Stöcke vorstellen. Das gehört dazu. Das mache ich seit meiner Kindheit. Zu einem Wanderstock gehört das Rohmaterial Holz, eine ordentliche geschmiedete Spitze und ganz viel Arbeit und Herzblut, die man da reinsteckt. Diese Manufaktur in dieser Form gibt es seit 2009, betreibe ich die in unserer Familie, seit fünfter Generation. Mein Sohn zeigt großes Interesse und es würde mich freuen, wenn er dieses Handwerk bewahrt und auch weiterführt. Hier in Linnevera ist die Wiege des Stockmacherhandwerks. Mein Opa hat bis ins Hohe Alter als Stockmacher gearbeitet. Mein Vater arbeitet heute noch und ich versuche auch auf jeden Fall so lange zu arbeiten, um dieses Handwerk weiterzuführen und meinem Sohn vielleicht den Weg zu bereiten, um da später mal einzusteigen. Wir stellen unsere Stöcke aus Kastanie her. Das ist ein sehr leichtes Holz. Ein Stock aus Kunststoff oder aus Aluminium hat nie so ein eigenes Leben oder eine eigene Geschichte, wie es eben ein Holzstock hat. So ein Stock hält bei guter Pflege ein Leben lang. In unserer Manufaktur müssen unsere Mitarbeiter den Stock 30 Mal in die Hand nehmen, bis sie dann unsere Werkstatt verlässt und in die weite Welt geht. Es gibt da schon einige berühmte Persönlichkeiten, die Stöcke aus Linnevera haben. Dr. Haus hat einen Stock aus Linnevera. Das macht einen schon stolz und das freut einen doch sehr.